jo meine freunde herzlich willkommen zu einem neuen video und wie ihr im titel erkennen könnt und wie ihr natürlich auch wisst steht halloween vor der tür und wie kann man denn eine halloween nacht am besten einleiten als mit schaurig gruselig sind sie nicht schaurig hässlichen outfits also ihr wisst bescheid ihr kennt das format ist es eins meiner lieblings formate hier auf meinem channel und auch das wo am meisten natürlich diskutiert wird aber nichtsdestotrotz soll sich hier niemand angegriffen fühlen wenn jemand die styles feiert kann er das gern tun es ist meine persönliche meinung beziehungsweise auch viele von der minions army teilen meine meinung aber nichtsdestotrotz ist es nicht gegen diese person persönlich die ich hier zeige sondern es ist einfach nur meine modische meinung aber leute ihr wisst ja selbst ich habe keine ahnung von mode weil ich trage in der wohnung mützen aber kleiner insider am rande vom video gegen maximilian am wochenende aber das soll jetzt gar nicht das thema sein denn wir wollen uns natürlich schon mal für die baltiken halloween partys einstimmen und zwar mit eventuellen kostümideen was haltet ihr davon also deswegen starten wir mit dem ersten outfit und das ist das hier und ja wie man auch hier sehen kann ich wurde eines besseren belehrt beziehungsweise ich wurde darauf hingewiesen dass blau und rot doch auch in der farblehre sehr gut harmonieren ich finde es nach wie vor scheiße muss ich ehrlich sagen also ich mag die kombi aus blau und rot überhaupt nicht es sei denn es ist ein jeans stoff also dieses denim blau okay aber hier so dieses royal blau beziehungsweise hat auch mit den jungs jordans da ist ja wie gesagt das schlimme dass die jungs jordans nicht mal zum shirt passen also es ist auch ein unterschiedliches blau was jetzt ja nicht so schlimm wäre aber ich finde das weiß ich trotzdem mit dem rot extrem in meinen augen was gut zusammenpasst ist die hose und die tasche auf jeden fall aber das war es dann auch gutes stürmband passt noch zum schnürsenkeln aber ja und diese komische figur zum flexen also ich weiß nicht was das soll und ja dann noch ein gelber off-white gürtel obwohl er orangen akzente gesetzt hat ja dann die jordans an sich ich finde es auch schrecklich wenn man die chicago einser off-white jordans mit den orangenen laces irgendwie hat ich finde es einfach das passt nicht aber ist wie gesagt nur meine meinung und dann halt eben noch diese komische armbinde um das bein ich meine ich glaube der kandidat den hat man schon öfter der sich da ständig irgendwas um das schienbein bindet ich finde es auf jeden fall mega schrecklich aber ihr seid auf jeden fall der held auf jeder halloween party ja bei dem ja da dreht sich sogar wahrscheinlich drakula im grabe um beziehungsweise die geister ja schwirren davon weil hier sieht man ein ja wo es wird der superlative was mustermix angeht an sich ist das ort wird ja nicht schlimm beziehungsweise ja chelsea boots ein t-shirt ne trackpants und flanellhemd und so weiter und so fort das sind alles pieces die echt cool sind und auch pieces die ich selber so tragen würde aber definitiv nicht in dieser kombination weil ja das einzige was hier gut gewählt ist das schwarze shirt mit der goldenen kette dazu das bandana finde ich recht lässig aber halt eben schon ich finde schlimm dass er jetzt braune chelsea boots gewählt hat obwohl ein schwarzes shirt an hat also da hätte er schon schwarze wählen müssen weil das braun nirgendwo aufgegriffen wird außer vielleicht in ganz wenig farbnuancen in der kamojacke aber ich finde das passt harmoniert überhaupt nicht weil auch die karo hose die ich extrem geil finde also hätte jetzt dies das schwarze shirt die karo hose und schwarze chelsea boots richtig geil aber so finde ich passt es halt nicht weil in der hose halt auch kein braun vorkommen sondern nur schwarz beziehungsweise ein schwarzer streifen ist aber natürlich geschmackssache an sich wäre das outfit so okay er hätte jetzt sogar allein mit der kamo jacke einen coolen mustermix kreieren können auch wenn es für meinen geschmack zu viel gewesen wäre hätte er jetzt einfach über das schwarze shirt die kamo jacke angezogen in kombination mit der karo hose wäre das okay gewesen habe ich jetzt karo jacke ich meine kamo jacke ich weiß nicht kamo jacke auf jeden fall wäre das eine super kombi gewesen und hätte auch bewiesen okay man kann muster gezielt mixen aber ich finde das hemd passt halt 0,0 dazu ich meine das rote hemd finde ich geil das hat auch ein geiles karo muster passt auch perfekt zu dem schwarzen shirt zu dem schwarzen t shirt aber dann hätte er wieder eine schlichtere hose anziehen müssen also ich finde einfach dass es hier too much muster ist und ja deswegen wirkt es für mich auch extrem verkleidet und er kann hier als muster halloween clown gehen ich weiß es nicht ja und das letzte outfit leute ihr wisst es das ist wohl hier der off-white mörder das wäre auch ein geiles motto für eine party aber wie ihr sehen könnt ja ich weiß nicht wo ich da anfangen soll ich finde es einfach insgesamt total unstimmig weil halt wieder diese orange rot akzente natürlich ist orange und rot dieselbe farb familie aber ich finde das harmoniert trotzdem nicht gerade auch nicht die verschiedenen orange töne also die schnürsenkel sind extrem neon orange die cap auch leicht dann aber das orange in dem schal ist wieder mehr ja geht mehr in die rot richtung dann dieser mona lisa polly der ist halt auch richtig rot also das ist halt auch wieder so richtig kräftig und nicht nur so ein ausgewaschenes dann ja okay die hose dieser gucci verschnitt passt so ein bisschen zum hoodie aber finde ich auch mega hässlich beziehungsweise halt total unpassend aber dann natürlich wieder ja es muss ein off-white gürtel sein der nicht mal irgendwas hält sondern einfach nur umgemacht ist und es müssen natürlich auch noch die lila laces sein um zu zeigen okay ich habe den airjordan 1er off-white wobei ich halt den weißen nur geil finde in wirklich den weißen also mit den weißen laces wobei man auch sagen muss wenn man den weißen mit den lila laces irgendwie kombiniert dazu wie in dem community outfit video da irgendwas lila ist oben ein hoodie im sweater oder sowas kommen hier richtig geil ich glaube da kannst du echt viel spielen aber das ist viel zu viel farbe das ist viel zu viel schal für ein outfit also einfach nur hypebeast halloween kostüm deluxe also leute definitiv ich weiß es nicht schreibt mir auf jeden fall in die kommentare welches halloween kostüm ihr anziehen würdet von den dreien nichtsdestotrotz wünsche ich euch einen schönen abend ein schönes halloween fest und für alle die leute die mein instagram noch nicht ausgecheckt haben macht das mal wenn kein video auf youtube kommen bin ich meistens live auf instagram wenn euch da das persönliche mehr gefällt sprich ihr in der direkten interaktion mit mir seid mit mir chatten könnt mit mir quatschen könnten wir fragen stellen können dann folgt mir auf jeden fall auf instagram und ja dann sehen wir uns im nächsten live stream oder im nächsten video freunde haut rein